Die Messerschmitt Bf 109 war der wichtigste Standardjäger der Luftwaffe. Ende 1940 führte die Luftwaffe diese neue Baureihe in die Messerschmitt Bf 109-Serie ein. Entsprechend dem alten deutschen Funkalphabet wurde die F auch aus Friedrich bezeichnet. Im heutigen NATO-Alphabet würde das Foxtrot entsprechen. Viele Piloten meinten, dass sie die beste Bf 109-Variante war. Franz Stiegler meinte, Und der deutsche Jagdflieger-Experte Günter Rall sagte nach dem Krieg, die Bf 109-F war mein idealer Jäger. Doch stimmt das überhaupt? Wir wollen uns heute anschauen, ob diese Einschätzung zutrifft. Immerhin gab es über diese F auch Unmutsäußerungen durch Jagdflieger. So verurteilte der Jagdflieger-Experte Adolf Galland die Bewaffnung der Bf 109-F als unentschuldbaren Rückschritt. Die Entwicklung der Friedrich folgte einem langen Plan. Der General-Luftzeugmeister Ernst Ude sagte sie bereits 1936 voraus. Mit jeder neuen Motorenvariante plante die Luftwaffe eine neue Version. Die F war demzufolge keine Reaktion auf alle Erde Jäger wie die Spitfire. Der hauptsächliche Einsatzzeitraum der Bf 109-F war in den anderthalb Jahren von Anfang 1941 bis Mitte 1942. Sie kam an drei großen Luftfronten zum Einsatz. An der sogenannten Kanalfront, wo britische Spitfire 5 die gefährlichsten Gegner waren. An der Ostfront, wo sie auf fünf sowjetische Standardjägertypen traf, unter denen die Jagd 1 der gefährlichste Gegner war. Im Mittelmeerraum, besonders über den Wüsten Nordafrikas und über General Rommels Afrikakor. Dort waren die Spitfires ebenfalls die gefährlichsten Gegner. Die Ausmusterung lief im Sommer 1942 an, als sie durch neuere Bf 109-G ersetzt wurden, die auch Gustav genannt wird. Es gab allerdings nicht nur eine Friedrich, sondern wie üblich in der damaligen Rüstung sechs Unterbaureihen von F1 bis F6. Sie unterschieden sich hauptsächlich in der Bewaffnung und dem Motor. Die wichtigsten Baureihen waren allerdings nur die F2 mit 39% aller Friedrichs und die F4 mit einem 54%igen Anteil. Worin bestanden nun die Unterschiede zur Vorgängervariante Emil? Die Aerodynamik der Maschine wurde verbessert, indem die Motorverkleidung stromlinienförmiger gestaltet wurde. Wesentlich verbessert wurde auch die Kühlerkonstruktion. Sie war etwas mehr im Rumpf versenkt und konnte dennoch mehr Wärme abfließen lassen. Weiter reduzierte sich durch den Verzicht auf die Verstrebungen am Höhenleitwerk der Luftwiderstand. Außerdem wurden die Flächen und die Steuerflächen zugunsten des Luftwiderstandes verändert. Die Tragflächen wurden von 16,33 m² auf 16,1 m² verkleinert, wodurch sich auch die Flügelspannweide um 5 cm verringerte. Besonders wichtig für die fliegerischen Eigenschaften der Friedrich war, dass man nach dem Vorbild der Spitfire die Enden der Tragflächen abrundete. Das verbesserte vor allem die Kurveneigenschaften der Maschine. In der Literatur wird meistens behauptet, dass die Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg viele Fehler in der Technik beging, während Konstrukteure wie Willi Messerschmidt den Status eines Genies genießen. In diesem Fall war es umgedreht, denn Willi Messerschmidt widersetzte sich den Verbesserungen zunächst. Vermutlich befürchtete er geringfügige Geschwindigkeitsverluste. Dazu schrieb der ehemalige Testpilot der Luftwaffe Heinrich Beauvoir, Beim Abwägen der verschiedenen Komponenten der Flugleistungen eines Musters scheint man der Geschwindigkeit einen gewissen Vorrang eingeräumt zu haben. Trotz mancher Nachteile, zum Beispiel der längeren Drehzeiten unserer Jäger gegenüber der Spitfire. Dementsprechend konnte man sich offenbar nur schwer entschließen, selbst nur kleine Schritte zu tun, die hinsichtlich der Geschwindigkeit ein Opfer auch nur vermuten ließen. Die Einführung der Randkappen, der Bf 109F, die die Abkippeigenschaften verbesserten, waren nur schwer durchzusetzen. Im Ganzen scheint man nur ungern Konzepte geändert zu haben, wobei man sich natürlich fragt, waren die tatsächlich so gut? An dieser Stelle konnten sich die Experten der Luftwaffe gegen die Konstrukteure durchsetzen. Die Summe dieser Maßnahmen ließen eine erhebliche Verringerung des Luftwiderstandes zu, denn der Luftwiderstandsbeiwert sank von 0,0265 auf 0,023. Eine weitere wichtige Änderung betraf die Waffen. Die Bf 109E hatte zwei 7,92 mm MG17 über dem Motor und zwei 20 mm Maschinenkanonen MGFF in den Tragflächen. Sie stammten von der Schweizer Firma Oerlikon. Die 109F bekam nun eine neue Maschinenkanone vom Typ MG151 der Firma Mauser. Diese Kanone schoss durch den Motor, weshalb die Flächenkanonen entfernt wurden. In vielerlei Hinsicht war das MG151 besser als das MGFF, das technologisch noch auf Entwicklungen der 1920er Jahre basierte. Allerdings sank die Feuerkraft der Bf 109 durch das MG151 zunächst deutlich ab, allein weil sie eine Kanone weniger hatte. Dazu kam, dass das MG151 zwar schneller und mit einer besseren Ballistik feuerte, aber das Kaliber von 15 mm recht klein war. Dadurch waren auch die Geschosse kleiner und die Wirkung deutlich geringer als beim MGFF. Waren einige Jagdflieger unzufrieden. Gegen die Motorenkanone protestierten Experten wie Adolf Galland und Walter Oesau. Galland bezeichnete den Waffenwechsel als unentschuldbaren Rückschritt, da er seiner Meinung nach die Feuerkraft der Bf 109 abschwächte. Auch Oesau und andere protestierten. Gegen Kritiker verteidigte der damalige Spitzenexperte der Luftwaffe Werner Mölders die neue Bewaffnung. Er meinte, mit der neuen Kanone würde man sorgfältiger zielen und das sei sowieso besser, als seine Munition beim schlampigen Zielen mit Flächenwaffen zu vergeuden. Es scheint so zu sein, dass die Diskussion mit der Einführung des Kalibers von 20 mm beim MG151 verstummte, zumal sich später Jagdfliegerexperten auch positiv über diese Bewaffnung äußerten. Die Abschaffung der Flächenkanonen war übrigens auch ein kleiner Beitrag, um die Aerodynamik der Bf 109 zu verbessern. Wenig geändert wurde zunächst der Flugmotor. Die Bf 109 F2 hatte den gleichen Motor wie die letzten Varianten der Emil. Einen DB601N mit einer Maximalleistung von 1250 PS. Dieser Flugmotor lief ungewöhnlicherweise mit 100 bzw. 96 Oktan Treibstoff je nach Messung, während die Flugmotoren der Messerschmitt 109 davor und danach immer eigentlich mit 87 bzw. 92 Oktan liefen. Da der neue Flugmotor sich von der Bf 109 E7 zur F2 nicht änderte, lässt sich aber gut ermessen, was die aerodynamischen Änderungen an der Bf 109 F gebracht haben. Schaffte eine E7 mit DB601N 570 kmh, erreichte die F2 mit diesem Motor 615 kmh. Das war für damalige Verhältnisse ein gewaltiger Sprung von 45 kmh. Die Bf 109 F4 erhielt den verbesserten DB601E. Dieser Motor leistete 1350 PS. Damit erreichte die F4 sogar 635 kmh. Manchmal gibt es Angaben, dass die F4 noch schneller gewesen sei, doch Experten, die sich mit der Bf 109 Geschichte sehr gut auskennen, sind hier zu Recht skeptisch. Denn 635 kmh sind für ein Flugzeug dieser Motorleistung schon recht schnell. Dazu kommt, bei den Motoren gab es anfangs technische Schwierigkeiten, weshalb sie leicht gedrosselt wurden, um eine Beschädigung zu vermeiden. Im Vergleich zu den alliierten Jägern war die Bf 109 damit überlegen. Die Spitfire 5 schaffte maximal 596 kmh und die sowjetische Jagd 1 erreichte maximal 560. Insbesondere der Vergleich zum damaligen besten alliierten Jäger Spitfire 5 zeigt, dass das Leistungspotenzial der 109 F, wie schon gezeigt, sehr hoch war. Bei vergleichbarer Motorleistung war die Bf 109 leichter und stieg dadurch schneller. Lediglich der Kurvenvorteil der Spitfire blieb erhalten. Gleichwohl hatte die Bf 109 F sehr gute Steuereigenschaften und verringerte Kurvendrehzeiten, weshalb der Abstand zur Spitfire bezüglich des Kurvens abgenommen hatte. Im Einsatz bewährte sich die 109 F sehr. Gegen die Sowjetunion meldete die Jagdwaffe vom 22.06.41 bis 30.04.42 9.416 Abschüsse, dabei verlor sie 730 Bf 109 total. Bis auf Ausnahmen kamen dabei die 109 F zum Einsatz. Gegen die Westalliierten lagen die Verhältnisse nicht so günstig, aber immer noch gut. Über Westeuropa konnte die Jagdwaffe fast ausschließlich, einige wenige vor Gowulf 190 waren dort bereits vorhanden, vom 22. Juni 1941 bis zum 31.12.41 838 Abschüsse bei 168 Totalverlusten melden. Im Mittelmeerraum und über Nordafrika scheint das Abschussverhältnis ähnlich gelegen zu haben wie über Westeuropa. Die deutschen Abschusszahlen muss man natürlich kritisch sehen, da sie wie viele Abschusszahlen der Jagdflieger aller Nationen im Zweiten Weltkrieg meistens zu hoch waren. Doch es ist unstrittig, dass sie eine sehr hohe Effizienz bedeuteten. So werden die Abschusszahlen der deutschen Jagdflieger an der Kanalfront größtenteils durch die Recherchen der britischen Historiker bestätigt. Die wichtigsten Ursachen für die deutschen Erfolge waren die bessere Taktik sowie die meist größere Erfahrung der Piloten. Doch die Überlegenheit der 109F hat sicher dazu ebenfalls beigetragen. So kann es nicht verwundern, dass die Jagdfliegerexperten der Luftwaffe mit der Friedrich zahlreiche Abschussrekorde bragen. Mit der F2 konnte Werner Mölders 1941 als erster seinen 100. Abschuss melden. Gordon Gollop flog eine F4, als er im August 1942 als erster seinen 150. Abschuss meldete. Und Hans-Joachim Marseille meldete im September 1942 seinen 150. Abschuss und war damit der erfolgreichste deutsche Pilot gegen westalliierte Gegner. Die allermeisten seiner Abschüsse hatte er mit der 109F erzielt. Ordnen wir nun die 109F in die gesamte 109-Entwicklung ein. Vergleicht man die F zur E, die in der Luftschlacht um England noch etwa so schnell war wie die Spitfire 1, erkennt man leicht, welch gewaltigen Sprung die F bot. Nie wieder war die Messerschmidt so überlegen. 1942 wurde die F langsam von der stärkeren 109G abgelöst. Die Gustav hatte zwar mehr Leistung, aber nun waren die besten alliierten Jäger wieder gleichwertig. Die Spitfire 9 kam im gleichen Zeitraum an die Front und erzielte wie die Gustav ebenfalls etwa 650 kmh. Die Überlegenheit der Friedrich blieb eine Anomalie in der Entwicklung der Bf 109. Nie zuvor und danach war eine 109 so überlegen gewesen. In einem weiteren Video werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum Messerschmidt die Überlegenheit seiner Bf 109 nicht weiter behaupten konnte. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Danke und Tschüss.